Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 19. März. Heute haben wir dabei Apple iPads, Xiaomi, MySpace und Lyft. Beginnen tun wir mit den neuen iPads von Apple. Überraschend ging gestern der Apple Store offline und kurz drauf gab es neue iPads. Konkret, es gibt ein neues iPad Mini. Das ist in der Größe gleich geblieben, also 7,9 Zoll. Unterstützt jetzt aber auch den Apple Pencil und hat intern natürlich auch die neueste Hardware, beziehungsweise halt neuere Hardware, logischerweise als das letzte iPad Mini. Und preislich beginnt das in der 64 GB Variante mit Wi-Fi bei 449 Euro. Und wenn ihr Wi-Fi und Cellular haben wollt, dann beginnt es bei 589 Euro. Und nicht nur das iPad Mini gibt es den neuen, sondern auch das iPad Air. Und beim iPad Air ist es schon ein bisschen unterschiedlich. Das ist nämlich nicht gleich geblieben in der Größe, sondern gewachsen und zwar auf stattliche 10,5 Zoll. Und das sind 20% mehr als vorher. Und auch das iPad Air unterstützt den Apple Pencil. Also man kann auch damit nun arbeiten. Hat logischerweise auch die neueste Technologie in Sachen Prozessor und WLAN, LTE und was auch immer an Bord. Und preislich beginnen wir da mit dem 64 GB Wi-Fi Modell bei 549 Euro. Und wenn man das mit Wi-Fi und Cellular haben will, dann geht es bei 689 Euro los. Also auf jeden Fall neue iPads. Eher überraschend, denn nächste Woche haben wir den Apple Event. Da hätte man die ja auch noch mit vorstellen können. Aber Apple hat es mal wieder anders gemacht. Was Apple bestimmt aber nächste Woche nicht vorstellen wird, aber mittlerweile ja jeder andere Hersteller anscheinend im Angebot hat oder in der nahen Zukunft im Angebot haben wird, das sind faltbare Smartphones. Ja, und einer, der bislang noch nicht aufgetreten ist damit, ist Xiaomi. Und jetzt kommt raus, sie bringen auch ein faltbares Smartphone und das lässt sich sogar zweimal falten. Sprich, links und rechts im Display, wenn man es quer hält, kann man es umknicken. Und das wird eventuell Mi Fold oder Mi Flex heißen. Soll im zweiten Quartal schon auf den Markt kommen. Also das ist eigentlich schon ja in ein paar Wochen frühestens logischerweise und in drei Monaten spätestens. Aber am interessantesten ist der Preis. Denn Xiaomi ruft dafür 999 US-Dollar oder auch 999 Euro auf, was weitaus günstiger ist als die Konkurrenz von Samsung und Konsorten. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, bin aber trotz allem auch skeptisch, ob der Markt wirklich das faltbare Teil haben möchte. Ganz anderes Thema ist MySpace, das erste richtig große soziale Netzwerk, was später einfach von Facebook geplättet wurde, indem Facebook immer erfolgreicher wurde. Das hat ja versucht, sich schon immer wieder mal neu zu empfinden, war aber trotz allem immer irgendwie mit Musik verbandelt. Früher haben auf MySpace ganz viele Künstler und Bands ihre Musik auch hochgeladen. Und jetzt hat MySpace mehr oder weniger bekannt gegeben, dass sie anscheinend die ersten zwölf Jahre an hochgeladener Musik auf ihrer Plattform mal so einfach nebenbei verloren haben bei einer Server-Migration. Das bedeutet konkret 50 Millionen Lieder von 14 Millionen Künstlern. Das ist schon ein bisschen schräg und sollte natürlich nicht passieren. Ja, der Aufschrei hält sich, glaube ich, aber auch in Grenzen. Ein bisschen was ist im Netz, aber ansonsten ganz ernsthaft. Der Künstler, der da was hochgeladen hat, der hat natürlich eigentlich auch seine eigene Kopie, gehe ich mal extrem stark von außen. Und wenn nicht, dann tut es mir echt leid. Ansonsten, ja, MySpace, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt, was jeden noch jetzt großartig interessiert. Nochmal als kleine Anekdote zum Ende. MySpace wurde damals von News Corp in 2005 für 580 Millionen gekauft und sechs Jahre später hat man es für 35 Millionen verkauft. Da war auch die Zeit schon vorbei. Und nächstes Thema für heute ist Lyft. Lyft, der große Uber-Konkurrent, den ich ja noch im Rahmen der E-Scooter auf der South by Southwest letzte Woche testen konnte, der geht jetzt in Amerika an die Börse. Und da sind jetzt die Details bekannt geworden. Lyft wird innerhalb der nächsten zwei Wochen getradet unter dem Stock-Symbol Lyft. Also das ist sehr praktisch, denn das sind ja immer kurze Zeichenketten, oft auch ein bisschen kryptisch. Und da passt es, dass der Name kurz und knackig ist. Und sie möchten an die Börse mit einem Preis zwischen 62 und 68 US-Dollar pro Aktie, wollen dabei auch 30 Millionen 770.000 Klasse A Aktien verkaufen. Und das wäre, wenn es mit dem hohen Preis reingeht, 2,1 Milliarden US-Dollar, die sie damit erzielen. Und wenn es mit dem niedrigen Preis reingeht, immer noch 1,9 Milliarden. Da kann man sich nicht beklagen. Und ich bin gespannt, ob wir oben oder unten einsteigen werden. So richtig einschätzen kann ich das derzeit noch nicht. Und ja, das war es auch für heute. Habt einen guten Dienstag, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.